Moderne Produktionen werden immer flexibler. Durch ein digitales Netzwerk sind Mitarbeiteranlagen und selbst die Produkte miteinander verbunden. In diesem Umfeld ist besonders vielseitige Messtechnik gefragt. Hier bietet Fischer mit dem XAN 500 ein kompaktes Röntgenfluoreszenzgerät. Damit können sowohl Schichtdicken gemessen als auch Materialien analysiert werden. Im Wareneingang können Sie große und sperrige Teile kontrollieren. Dank der Dreipunktauflage setzt das Gerät immer korrekt auf. Die Ergebnisse werden auf Wunsch an Ihr Qualitätsmanagementsystem weitergeleitet. Müssen Sie Kleinteile prüfen, können Sie das XAN 500 mit der Messbox in ein vollwertiges Tischgerät umwandeln. Die Auswertung der Messergebnisse übernimmt ein Tablet-PC. Montiert an einem Roboter wird das XAN 500 zum Inline-Messgerät für die 100%-Kontrolle. Dank leistungsfähiger Funkverbindung ist es nahtlos in Steuerungs- und Prozessleitsysteme integriert. Das XAN 500 ist so vielseitig wie kein anderes Messgerät. In einem robusten Gehäuse verbindet es präzise Messtechnik mit besten Vernetzungsmöglichkeiten. Die perfekte Lösung für die moderne Qualitätssicherung. Das X-Ray XAN 500. Das X-Ray XAN 500. Measuring made easy. Konpartner definitiv durch das X-Rayisine. Beideos. 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 Vielen Dank.